Wir sind zuerst mit Griseleute. Wo ist denn die Statue? Ja, wo ist sie? Da, da ist sie. Ah, ich sehe es, ja. Einfach Brutus. So, jetzt geht's los. Guck mal, da ist einfach ein random Reboot. Nice. Oh Gott, das kommen viele mit, Alter. Ich weiß gar nicht, ob ich Griseleute reinkomme, doch komme ich. Oh mein Gott, da ist das alte Griseleute. Ah, es ist Tacos, es ist Tacos noch. Tacos kamen nach Griseleute, aber auch auf der selben Stelle. Okay, jetzt einfach überleben. Wollen wir beide mit einem großen Haus hier landen? Ich land, ich land hier im gelben. Okay. Bescheid, weil wir jetzt ein Gegner. In der gewernante Ort, ich hab ne SPP, ich hab nur meine Wachen, Max. Ich hab ne neue, ich hab das neue Sturmgewehr. Ich auch. Oh mein Gott, du gehst einfach in Ego-Perspektive rein mit der... Ranger, Ranger... Es lag komplett. Ranger Sturmgewehr hab ich. Ich hab die neue Pumpgun. Also ich hab das Ranger Sturmgewehr. Ich hab auch die neue Pumpgun. Ich hab nur neue Wachen. Ich auch. Ah, es gibt ja neue Tränke, ne? Neue Tränke? Ja, ja. Ich hab hier einen neuen Trank. Bei mir ein Gegner, Marcel. Mein Gegner. Ich brauch Hilfe. Ich kann die Map nicht sehen, ich weiß nicht, wo du wüsst. Egal, du wies doch mein Name. Ich kann die Map auch nicht sehen, wegen meiner Facecam. Ich brauch Hilfe, ich brauch Hilfe. Wo ist denn du? Ah, du seh mir. Moin, ich komm mit meinen großen Wachen, man. So am Längen bei mir, ich brauch Hilfe. Ah, ich mach's über dir. Bin tot. Okay, ja, es kommt viel zu viel später. Der Greasy Groove ist einfach back. Diese Banken sollen eigentlich da nicht sein, aber trotzdem. Jetzt muss ich sagen, schon ziemlich, ziemlich cool. Okay, dann muss ich dann mein neues Scala auch sammeln. Wow, Digga, er kommt von rechts. Alter, hab ich mich schon. Aber es ist übers am Längen, Alter. Kannst du mir dann Bettelfast holen? Nee, Digga. Ich glaub, ich mach's nicht. Warum hol ich dich einfach Eddie oder so? Oder Louis den Bettelfast? Okay, perfekt. Man kommt doch nicht rein, oder? Hä, sich Fortnite selber sind so im Arsch. Okay, ich land mal, ich lag mal bei dem im Haus da hinten, Leute. Da land ich mal. Was ein bisschen riskant wird, weil ich neben, krieg's morgen 8 Euro oder so. Nee, Digga. Ich hab gar nichts gemacht. Nee, okay. Wir sind gemein. Ich schließe jetzt mit dem Stream um der FS an. Okay, bei mir lag's muss ich auch ein bisschen, aber nicht so krass. Du, ich's will nicht. Warum? Der fragt doch Eddie. Oder Hannes, oder fragt jemand anderem. Viel Zuschauer, Leute, jetzt geht's los. Ich bin das erste Mal in der Runde für Fortnite's Battle Royale drinne. Oh, Granaten gibt's aber noch. Oh, Saufax ist auch noch. Okay, warte mal. Wir machen mal ganz schön meine Facecam. Ähm. Ja. Neuern. So. Ich hab ein MK7 Stormgewehr. Fresh, fresh. Ja, auch die ganzen Sachen sehen ganz anders aus, ne, Leute. Guck mal, die Betten. Guck mal, ganz anders zu sein, Digga. Das ist eine ganz andere Welt, Digga. Eine ganz, ganz andere Welt. Alles neu. Jetzt, tu mal mit den MK7 Stormgewehr Zielen. Das sieht richtig komisch aus, so. Gehst du ein Ego? Ja, ja. Einfach, ein Call of Duty. Ja, das ist so. So. Aber. Warum ist dieses Schwein jetzt wieder? Oh, da erfordert ein Gegner. Uiuiuiui. Ist das wirklich, das ist eine Call of Duty Waffe. Äh, Call of Duty Waffe. MK7 Stormgewehr. Der schießt genauso. Wo ist der Gegner hin? Ein Bursch wahrscheinlich. Deswegen gehen wir mal vorbei. Oh. Nein, 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 nein. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Weiterleben. Ich wollte nur nicht mehr verkunden. Die Waffe fiel hoch. Was? Ich zieh die Waffe, äh, äh, die Waffe hoch. Also. Warte. Die MK7 links. Ah, da ist der gar. Junge, wie nah ist der? Ja, was soll ich machen? Besser das leckt ein bisschen, aber. Okay, er ist hier, er ist hier, er ist hier. Er ist kleiner. Meiner Meinung. Ist er nicht selbst? Ja, ja. Ich lande jetzt mal da hinten bei diesem B, hier. Mit der Stadt niemand. Aber ich lande jetzt Schiff, die zu den Schiffen jetzt, Alter. Nein. Ich bin tot. So. So. Geht los, Alter. Auf Quad. Ich fiel richtig langsam, Alter. Alter. Okay, warte mal, wir gehen auf die Rampe jetzt. Wo sind die? Da ist die. Coney Crossroads habe ich, äh, entdeckt. Okay. Und Rampe. Hä? Okay, wir gehen mal jetzt dahin, wo ich hinwollte. Genau hier hin. Nice. Aber hat auch, verdient auch ganz viel Tank. Tank, ne. Richtig. Ja, da schießen Leute. Ich weiß nicht, ob es so eine gute Idee ist, da hinzugehen. Ich denke mal nicht. Nee, ja. Dahin gebe ich doch lieber nicht. Die Andy ist leider schon geil. Junge. Der Grafik wiegt echt Schmutz aus noch bei mir. Warum auch immer. Ist man schnell mit dem Quad, Alter. Ich hab nie so schnell, so schnell gesehen. Okay. Ist der, ist der Schild Sound? Der OG Schild Sound? Ich höre, ich höre es nicht. Könnte sein. Wenn sich das anders nahe ist. Nein. Komm, Quart. Mach das, komm, Quart. Okay, fährt weiter. Doch nicht. Ja, stehen geblieben. Oh mein Gott. Schießen ab. Ich hab einen Reiser Gift gegeben. Ich muss weg. Dig, eigentlich. Rocky, du real. Ja, okay. Ah, yes. Er ist einfach nix. Nen. Nen. Wie heißt das denn? Nen Card. Jungen. Wer, wer, wer wer? Wer war er? Wer war er? Aber, warte, warte. Ist doch n Hecker, Leute, oder? Ist doch n Hecker. Untertitelung. BR 2018